ja die jungen Leute da bin ich wieder dass wenn ich bin hier dann in der Runde möchte ich nur so kann es in Warte bis Markus kommt und auf einmal habe ich eine Runde mit einem Schatz hier die immer dachte ich werde gleich schnell noch die Aufnahme an weil das möchte ich jetzt natürlich hier nicht vorenthalten wenn ich doch endlich mal einen bekommen aber den zu töten wird alleine glaube ich auch nicht so einfach der ist blöderweise ziemlich fix unterwegs und da trifft mich irgendwas ich weiß gar nicht was es war nein ich bin in die Treppe festgepackt EA hat etwas dagegen dass ich dieses Spiel hier gewinne mit dem Schatz Yeti ich komme hier nicht mehr weg ich bin hier jetzt fest super ja Leute ich würde sagen du warst dann auch schon wieder mit der Runde EA hat mir wieder was dagegen gehabt dass ich den Schatz hier bekommen bis dahin würde ich sagen selbst ja Untertitelung. BR 2018